Martina Hefter gewinnt den Deutschen Buchpreis 2024. Die renommierte Autorin Martina Hefter hat am Sonntagabend den Deutschen Buchpreis 2024 für ihr Werk Der ewige Fluss gewonnen. Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur die literarische Qualität des Buches gewürdigt, sondern auch Hefters Fähigkeit, komplexe Themen mit einer eindrucksvollen Erzählweise zu verknüpfen. Die Jury, bestehend aus Literaturkritikern und Fachleuten der Verlagswelt, lobte das Buch für seinen poetischen und zugleich klaren Stil, der die Leser tief in die emotionalen Abgründe seiner Figuren eintauchen lässt. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer festlichen Gala in Frankfurt statt, die für viele Literaturfreunde zu einem unvergesslichen Abend avancierte. Hefter erklärte in ihrer Dankesrede, dass sie von der Auszeichnung überwältigt sei. Sie betonte, dass der ewige Fluss nicht nur ein persönliches Projekt, sondern auch eine Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Themen sei, die uns alle betreffen. Die Autorin hob hervor, dass die Konflikte und Herausforderungen unserer Zeit sie zu diesem Werk inspiriert hätten und dass sie hoffe, mit ihrer Erzählung eine Diskussion anzuregen. Martina Hefter, die bereits für ihre früheren Werke viel Anerkennung erhielt, gelang mit diesem Buch ein bemerkenswerter literarischer Schritt. Kritiker haben sowohl die emotionale Tiefe als auch die sprachliche Raffinesse gelobt, die in jedem Kapitel präsent sind. Es scheint, als ob Hefter mit Der ewige Fluss nicht nur ihre Leser erreicht hat, sondern auch eine breitere Debatte über die Themen der Identität, des Verlustes und der Hoffnung entfacht hat. Der Deutsche Buchpreis, der seit 2005 jährlich verliehen wird, gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Die Siegerehrung zieht in der Regel großes mediales Interesse auf sich und viele hoffen nun, dass Hefters Werk auch international Beachtung finden wird. Diese Spanne von Aufmerksamkeit könnte den Weg für eine breitere Verbreitung ihrer Literatur ebnen und neue Leser anziehen. Abschließend lässt sich sagen, dass Martina Hefter mit ihrer Auszeichnung nicht nur die literarische Landschaft bereichert hat, sondern auch ein Zeichen dafür gesetzt hat, dass Bücher einen echten Einfluss auf gesellschaftliche Diskussionen haben können. Die kommenden Monate dürften entscheidend sein, um die Auswirkungen dieses Preises auf Hefters Karriere sowie auf die Diskussionen um die behandelten Themen zu beobachten. Autor Anita Farke, Montag, 14. Oktober 2024.